Was? Ja, zuerst Musik. Okay, warte. So. Ja, so. Hallo, Freunde. Es kommt zu den Fails. Back to Dingens, ja. Back to life. Back to reality. Back to life. Passt gar nicht zur Musik. Jetzt sing mal zur Musik. Da da. Verena. Boah. Wir sind von der GEMA. Nein, nein. Wir wollen nur dein Geld. Das hört sich aus sonst nichts auf der Welt. Nee, das hört sich aus. Das mit Verena war er, dann kam er noch mit der GEMA und dann mit Geld und Welt war ich. Ich muss es mal klarzustellen. Natürlich. Nein. Durch Ideen können wir nur von Rassi kommen. Ja, nein, nein, nein. Er hat zugegeben, bam. Er hat zugegeben, bam. Na, stopp, den kommt das von mir. No, no, schwach, ganz schlecht. No, nein. Nein. Aber ganz okay. Nee, würdest du. Das ist ja eigentlich in der Höhle jetzt hier. Äh, Stein holen. Ach ja. Wir wollen nämlich jetzt erstmal die Schmied bauen und dann, nicht verraten, wird es etwas Besonderes geben. Ich hab das Gefühl, hier sind gar keine Steine mehr. Nee, in der Höhle. In der Höhle sind keine Steine mehr. Nee, du weißt genau, wie das ist. Scheiße. Ja. Ja, äh. einmal nur noch einmal nur noch wie das ist ganz außen das hast du hier voll verhauen was denn da du sollst dir einmal richtig rumbau nicht falsch rum hast du dir noch nicht selber gemacht hallo also wirklich ihre sprichens mikrofon ist wieder weit weg als lag ich bin noch dabei gewisse dinge haben ich wollte aber auch nicht ausgestochenes augen ja schon mal ich habe auch schon mal alles hähnchen und nur das hähnchen ich habe ich habe ich habe hähnchen genudelt jeder weiß was die wahrheit war eigentlich dass ich gesagt habe ich habe ein halbes hähnchen gegoogelt klar dass dann natürlich erst mal wieder was verstehen jemand ein gewisser herr jemand es verstehen musste oder aus hähnchen genudelt gemacht hat das muss echt abwartet sein dieser typen also er ist immer schön schlecht machen und so zu richtigen Minuspunkte sammeln ich bin mit Karneval in Rio ist das immer nur der das ist das ist neu weiß mir halt David Guetta gemeinsam mit Prozent mit Rassi und Smiley die wir haben gesagt wir sprechen das der weil wir eine Überraschung für euch haben eine Überraschung für euch nämlich die mehr schon ich werde ganz nass und ich habe gerade eine Nachricht bekommen durch sie dort vor das Leben ich will gleich leben mit Oho, da guck ich mir jetzt gleich mal an hier So, so, da guck ich mir jetzt gleich mal an die Nachricht Oh, das ist was Privates Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht Ich werde ich dir vorlesen, Achtung Guck mal, den hab ich übrigens auch noch nicht selbst gemacht Doch, das ist mein, das ist schon mein eigener Leben Boah, wie cool Wenn ich ein bisschen Platz mache, dann trinken wir hier gleich Luft holen! Wann kannst du in einer Woche, wann noch zu Zeit? Ja, wegen Theaterwinkern Ach, du meinst wegen dem Finnschen? Ähm, eigentlich immer Obwohl, ich weiß, ich hab den nächsten Tieranorthopäde wegen Kanadie und so Sie sind jetzt kein Leben mehr, ist ja langweilig Ich führ meine Fackel hier Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ach so, ich dachte, du redest von der Sims Hier wird gesimst Ich bin gar nicht der Banille und so Patz, ich renne immer überall gegen Nein, natürlich nicht so ein Scherz, wenn ich irgendwo irgendwo gegen renne Patz Dreckige Lache von der Seite Ja, nee, ist klar Juhu, ein Chicken Geh mich aus dem Weg Mörder Es war Notwehr Ja, so Notwehr Ja, das ist eine geile Ausrede, es war Notwehr Das könnt ihr immer sagen, wenn ihr gemobbt werdet Es war Notwehr, es war notwendig Guck mal, hier ist unsere Lagune, ich find die irgendwie total cool Das ist wie mit der Höhle, die inspiriert mich zu irgendwas, ich weiß doch nicht zu was Was, was? Ja, das war ja so klar So wecker jetzt Du bist gerade in so einer guten Laune Jetzt bin ich dran, Pech gehabt, jetzt schmier ich diese Folge So, es rennt die Masse Warte, dann machen wir das nächste Folge Darfst du für die nächste Stunde? Nein Ja, das ist eine gute Idee Ja Erstmal ich Ich hab gesagt, die Folge mach ich jetzt hier Ich hau dich! Ah, die Maus! Nein, meine Maus! Lass mal Mäuschen in Ruhe! Nein! Nein! Ah! Don't do it! Bi-boom! Don't do it! Haben wir auslösen in meinem Chat Kill eingegeben und sind tot Hä? Wo läufst du hin? Du Fachidiot! Wir sollten das da vorne machen! Jetzt komm! Wir sind hier richtig! Soll ich das da vorne machen? Aldo, wo willst du nicht? Jetzt komm, setz dich mal hier richtig hin! Genau der Vater Schon bei das nahe, genau da vorne Aha! Ha! Jetzt den wir unser alten Endlichlehrer Ach so! Ja jetzt! Jetzt oder das Sachse! Wir wollen das hier vorne hin noch! Okay, hier ist noch die Höhle die wird Jetzt bring mal rein, das ist so aus! Nein, jeder weiß natürlich, der eifrig ist voll der Stuhl in der Bord und der Bord Woran ich das erkenne an der Facke? Nein! Woran ich das festmache! Wie argumentieren Sie ja hier da eine Facke dran? Boah, wir wollten jetzt hier so ein... Ich hab da nicht Kopfschmerzen. Richtig, 10 wollten wir. Nein, wir wollten 10. Also wirklich, deine Ignoranz ist ja wohl echt unter aller Sau hier. Sogar unter deiner. Unter meiner Sau? Ich hab keine Sau, ich hab Hunde. Das hab ich doch. Soll ich gleich mal über deinen Hund ablästern? Mir tu doch. Pass auf, die hört das jetzt, Player. Die guckt sich das an, ja? Schaut jede Rolle. Du musst verraten, dass sie weiblich ist. Oh nein, Informationen preisgegeben. Facebook wird sich dieses Lesplay angucken und alles in einem Profil im Ausspeichern. Wenn es dann heißt, möchten Sie sich bei Facebook anmelden. Und wir haben unsere E-Mail-Adresse is MiraLP. Möchten Sie sich bei Facebook anmelden, denn Ihre Daten sind schon da. Genau, Ihre Daten sind schon da. Ja, eine kleine Abwandlung des bekannten Witzes. 12, 12, 12, 12, 2 sind 6. Korrekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hab ich gesagt. Guck mich nicht so dramatisch an. Ja, ich guck dich nicht mal mehr an. Ja, das würd ich auch lassen. Ja, ich will keine Angucken. Ja, das hat jeder Spaß. Ich würd sagen, die Hinterwand machen wir massiv, oder? Ähm, beides ist massiv, dieses Stein. Ich rede davon, dass da keine Fenster reinkommen. Kein Panorama-Fenster in die Mühle. Keine Panorama-Fenster in die Schmiede. Spackos. Hallo? Lass uns mal auf Ihr Worte achten und so. Worte? Hä? Worte? Ich forze nicht. Ach, ne. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen Steine fahren. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal eine Pause einlegen. Kein SMS bekommen. Schau mal wieder. Ja. Jetzt lese ich sie aber mal. Gib her. Schreib dich. Du mein Baby. Wenn Sie das... Ab jetzt darfst du es nicht mehr gucken. Wir wetten auch immer zusammen. Also wetten. Pass auf, gleicher Rutsch ist noch dein Name auch aus. Ich sehe es kommen. Also sie heißt... Wetten so drei. Das heißt Schwachsinn auf fünf. Guck, ich fang schon an, irgendwas für mich hinzusammeln. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen bemühen, nicht so viel Blödsinn zu sammeln. Finde ja auch immer. Ja? Als wir Steine brauchen, können wir unten in die Höhle rein gehen, dann fahren wir noch. Wir farmen Steine, wie das klingt. Ich finde es auch immer so affig. Ich finde es auch immer so affig, wenn jemand sagt, ich farme Diamanten. Das klingt, als würde er irgendwo so einen Diamantenbaum anbauen, so wie wir uns es gewünscht haben. Pumm. Ruck, 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 ruck. Minecraft mag das nicht. Dum, 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 dum. Minecraft magst du was? Was kannst du mal die Fix hier bringen? Die Lebens ist. Aber wir wollen jetzt, ja. Ist aber jetzt egal, jetzt brennst du den Ton einfach noch. Aber ich glaube nicht, dass es reichen wird jetzt. Was? Was? Die Steine, die wir jetzt anbauen. Fast schon. An der Seite kommt hier ein... Ein kleines Fenster, aber nur eins. Eins mal eins. Ja, passt. Oder machst du zwei hoch? Das ging natürlich auch. So ist auch gut. Nee. Zwei hoch, würde ich sagen. So ist es wirklich gut. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut machen wir da. So, ich weiter spielen? Spaß, leider noch mal bis zum nächsten Mal. Soll ich vorlesen? Kannst du mich jetztirgend machen, ich trage dir bitte letzte Mal. Ja, ist mir sowas mein Wurscht. Äh, nee, euch hier. Okay. Alles ich rede Nein, 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 nein Nein, 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 nein! Ich bin einem Moment nicht Ich antworte nur noch schnell. da sieht nein zwei lieben ich habe fast ach verdammt sei es ist jetzt die Kräte wenn ich mit einem Schlag hin stehen da wecker und aber ne gut ich spiele in letzter Zeit auch nur noch kreativ deswegen wundere ich mich immer und nicht so gut warum das nicht so geht wie ich das haben möchte ich ja guck mal gucken wie eine Musik ist klar das soll sie aber nicht ja hat den 3 nicht hatten an Karten an der gestern heute ist kann drei die erhebte die neue Stärken die 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 den die in den in den die Däden sind schön als Fehler beheben das ist der Sand sie das ist so ein Block das geht gar nicht sie aussieht sie als es aus Blöcken bestehend das ist das Leben nur weil es für ein Fehler nur weil damit werden wir schreist aus sich die Erachter zu führen ja ich weiß B D D die die aber merkt ich bin sehr musikalisch das ist es aber auch ein vernünftiges Gesprächsstoff mittlerweile sind nur noch abgedreht der Jungen ein BD Jau jetzt wieder der Co-Pilote der Co-Pilot Rassi und Heide von dem Prüfer und an der Kohl der Steuerknüppel die Brassi in der Haare ist ja auch wo wollen wir dann nicht hin so ein Stein holen das hätten wir unten in der Höhle machen können ja ich bin aber zu uns auch zurückgerannt ach komm nimmst mir den bitte nicht übel ich hatte einfach Lust mal selber ein bisschen zu spielen und du bist voller Bunny guck mal da unten könnte das Leben sein sag ich doch also bald wenn Smiley aus Kanada ihn wieder das ist DIRT ich wollte ich weiß in dem das doch wenn Smiley wieder back ist aus Kanada dann werden wir dann werden wir unseren Song aufnehmen und ihr werdet euch schlapp lachen darüber der Titel heißt BITTE SPRENG DICH NICHT von Chris Minecraft und Rassi und Smiley würd ich sagen oder? ja natürlich guck mal da geh mal um dann guck mal was toll wenn wir dann durch das Wasser durchgucken ja kann man jetzt ja auch im real life und so genau im real life seit dem neuesten Patch kann man jetzt ja auch ja ja bei mir schon also bei dir ja du hast bloß die Brille aufgesetzt ach so oh nein ich habe verraten dass er eine Brille hat hab ich dran genau ich seh nun nicht so ne Brille so wo sind wir überhaupt du sitzt vor deinem PC ach so ja Minecraft gefällt unsere Gespräche nicht ich werd mal hier ich glaub ich muss immer was trinken ich geh kopfmäßig ja bei der Musik würd ich auch jetzt nicht Cut and Rise on Cut and Run ja was war denn da ist und an der Uhr ja da auf dort da da hat er da hat er hat er wollen können können und und das hat das hat und ich etwas hat zu tun die 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 das ist das dringend das ist das ist das das ist das dringend bei der Kraft wieder rückt Schlecht! Guck mal da, das könnte... Das könnte, aber es ist es nicht. So, mach mal jetzt hier... Musik aus. Es ist ja alles schrecklich. Schimm schrecklich. Nee. 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 Yay! Elektro-Doodle. Das ist ja so. Und jetzt ist es doch noch so. Okay, mach' weiter. Wenn er nicht rufen würde, hier. Aber, was für Anforderungen ist es ja unmenschlich... Nee, da wollte ich nicht.. nicht so hingucken, das ist nicht jugendfrei. Was jetzt? Okay, warte, warte, ich muss einmal kurz, obwohl wir alle die 14 Minuten erreichen, ich würde sagen, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt geht's rüber zu Folge 30, unseres Letzblades und tadadada, bis denn.